ich glaube ich habe gerade mein Todesreter unterschrieben hallo und herzlich willkommen zu let's play minecraft syndicate games diesmal ohne meinen kumpel und wie ihr seht habe ich mein texture pack mal geändert weil ich diesmal einen bock auf ein echteres hatte weil ich finde swags oder wie ihr es nennen wollt sieht etwas comic mäßig aus und das hier halt echter sortex und ich habe halt wieder mal ein bisschen bock auf das halt und wie ihr seht geht jetzt hier halt schon los und ich habe schon ein schwert und schon etwas essen und jetzt hätte ich schon liegt eigentlich schon genug chancen den typi zu killen ich bin auf der map wien oder so keine ahnung ja und da hätte ich gern gut und wie ihr schon seht bin ich eigentlich wie gesagt recht gut ausgerüstet ich frag mich gerade wo der gegner ist wenn man bisher nicht gerade so so klein ich bräuchte noch ein bisschen rüstung ok passt enderfleisch es passt auch wenn ihr wisst wie man so sachen von hinten hinten im inventort welches brot noch ganz vorne kriegt also wenn das schwer zum beispiel weg wäre so dass wie ungespielt das manchmal macht wenn man das so ganz schön was man da drücken muss schreibt mir das mal bitte in die kommentare ich möchte dass ich würde es gerne verwenden weil das würde mir wahrscheinlich sehr sehr hilfreich sein ok ich frage mich ich frage mich ob der auf chaos oder so ok noch ein schwert hopps fische kann ich nicht werfen das wäre ein bisschen unlogisch da unten ist eine truhe oh die haben das etwas geändert wenn er jetzt von hinten irgendwo kommen würde ich wäre so fett weg ja und dann ist es das rüstungsteil was ich schon habe finde ich noch mal nur ein bisschen anders ok ich glaube langsam der ist afk aber ich hoffe es auch nicht außerdem hoffe ich auch nicht dass der gleich von hinten irgendwie kommt und mich dann weg bei uns weg bei uns ok zum glück gibt es ja auch keinen fall schaden nur wenn man von der map fällt hat man irgendwie bloß noch drei herzen oder so gewollt ist nicht riskieren habe noch nicht ändern mich bitte auf das dach da wenn das von fehl das nennt man knapp ok dann glaube ich ich der ist afk habe ich einen stock ohne ich habe keinen stock aber der ist nicht afk da drüben ist er er war gerade unten und hat verzaubert soll ich von hinten kommen und ihn angreifen schärfe es ist okay ich verdauere noch mal meinen helm schnell verließe ich sonst überhaupt keine chance habe weil ich glaube ich finde jetzt auch nicht mehr so viel rüstung ich muss den irgendwie von hinten angreifen weil der hat schon viel bessere sachen als ich aber nur ich sehe seinen namen nicht so gut gerade ich bin auch irgendwie verloren ist er da runter gerannt sieht nicht so aus ok ich denke mal da wo er war hat er jetzt wahrscheinlich schon alle alle kisten abgeklappert ok ich verpisse mich jetzt mal ich habe noch eine ender perle das ist mir aber auch grad völlig oh hier war ich noch nie egal wollte ich sagen aber stimmt wirklich hier war ich echt noch nicht ist das neu schreibt es mir in die kommentare ok ne meine güte so kompliziert ist es nun auch nicht nein das ist nicht neu ihr müsst es doch nicht ich habe aber eigentlich schon ich habe es ja noch nie gesehen hd was noch so lange ok hier brennt viel was ist da drinnen kann ich nicht sehen ok ich habe viele ich habe zwei eisen daraus kann ich mir noch nicht mal was anderes mal nach unten ist er kommt der da anscheinend also er ist nicht gerade gut mit dem bogen schießen das war auch ziemlich blöd so von mir so zügig wenn du dich duxt komme ich runter du Affe hast du was oh BÄM habe ich mir aber mein Headshot gegeben bollol das war geil wie seht ihr da schreibt in die kommentare ich fand es mega geil ich bin der ich bin der beste Borgschützer die ganzen weiten Welt nein 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 sein großes Ego habe ich dann doch nicht da ich den Respekt vor ungespielt er ich bin okay die mit hat mir glaube ich bin oder wie man sie nennen möchte wir spielen mal Desert Town die geht nicht so lange gut ich finde die Map ist jetzt zwar nicht so meine Lieblingsmap aber ich habe auch jetzt nichts gegen sie Schwerdschmerz oh nein oh man wenn es jetzt schon so anfängt na gut aber wir wollen ja positiv denken oh ja das ist schön Enderflash jetzt habe ich mal etwas Rüstung aber keine Waffe denn ich sehe seinen Namen schon das ist überhaupt nicht schön der kommt da jetzt raus okay der hat auch mal keine Waffe wie ich denke wie ich sehe aber ich glaube er hat Respekt vor mir weil ich schon so ein bisschen Rüstung hatte oh hier ist noch eine Truhe gut getarnt oh ich habe immer noch keine Waffe wie er gekämpft hat alter 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 ich glaube das war ein ah okay okay das war fies good game okay nein ich sage ja wenn man ohne Waffe das ist eine kleine Map ohne Waffe ist man hier so gut wie tot sag ja das ist nicht meine Map so dumm dass ich die gespielt habe na gut ähm ähm hallo ja klappt ab und zu mal nicht so wie man möchte dann spielen wir jetzt mal ja was spielen wir denn jetzt mal spielen wir Zirkus ich bin Zirkus ich bin Zirkus wir spielen der hat oh wow ich glaube da bin ich schon besser aber von dieser Seite oh das war ja schon wieder ein Griff ein Griff ein Griff ins Klo nämlich scheiße kommt mit wieso baut man eine Truhe dahin und dann ist da sind da fünf Schneewelle drin ist es braucht keiner wirklich Leute es braucht keiner ich war hier hinten irgendwo noch eine Truhe ich glaube hier war auch mal noch irgendwo eine Truhe doch nicht das ist jetzt aber doof das ist aber echt doof na gut ja gut na gut na gut na gut na gut na gut na gut so es wäre geil wenn man auf auf dem Dach so von dem weil guck mal von hier ne okay schaffe ich aber mit Enderpen und dann wenn er so richtig wäre da oben so auf der Spitze so eine Truhe die wäre so mega krass obergeil ja okay hier fängt sozusagen der Fluss an ich habe so gut wie gar keine Truhen gerade was heißt so gut wie ich habe ähm nur bis jetzt zwei und ich hatte da bloß Scheiße drin bis auf die Enderpen aber die hat man ja sowieso immer ach drei Pfeile eine Lederkappe und Essen sie noch sonst irgendwas ne schade wenigstens haben wir jetzt keinen Hunger mehr Alter das ist doch schlimm ein Shit wo nix drauf steht Interestings ich weiß doch schon dass sie irgendwo ist ja genau sieh ich dumm aus äh ich bin so schlecht an Jumpin' Ones äh eins mir glauben könnte an das hier war er schon ist ne Werkbank ein Brot war ja auch hier oben ja klar wäre auch ziemlich blöd gewesen ach manu wahrscheinlich hat er schon ähm vielleicht schon fast ein Steinschwert oder sowas hier hat er nicht reingeguckt was für ein Demel ich krieg immer nur Helme das war wie gerade eben er ist der dumm warum sollte ich so damit er es auch versteht was ich nicht möchte ich hab grad mal eine ganze Rüstung und keine Waffe ich bin schon so gut wie am Arsch ich weiß doch eh schon dass das voll verkackt ist also Leute damit ihr schon mal wisst diese Runde werde ich hoch hoch und halb so denn er hat keine Waffe hey guckt eigentlich nirgendwo rein aber ich hab jetzt mindestens schon 10 Truhen oder 8 Truhen geöffnet mir war nichts sinnvolles drin boah das kam ja früh wahrscheinlich hätte er mich jetzt gesehen und jetzt ist es ihm auch egal hier war er schon ich schwörst auf alles du Opfer Digga ich schwöre ja ich schwöre nicht ich bin so schlecht achte ich gebe dir ein schwert wie ich denn da wie ich ihn da sehe so am ja Junge leck dich doch und wenn du mir 1000 Mainz gibst ich hoffe der hat mich nicht gesehen er hat mich 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 gesehen shit 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 oh mein Endergang hier über die Treppe kann ich noch so sorgenlos gehen komm lass dein chat drin sein jawohl wo ist er ja wohl essen ich hätte gedacht dass es doch nochmal so spannend wird er ist einfach irgendwie weg sage ich mal ja okay wie soll er da hinkommen nein oh wollen wir es abbauen nee ist doch ein Loverfeind das wäre es jetzt mal das wäre der größte Fail der mir je passiert ist ich weiß eh dass der hier schon irgendwo hockt doch nicht so kleiner Sack alter jetzt nervt mich nicht ach da ist er genau er gibt mir ein Schwert ich hoffe der hat die Truhen hier noch nicht gesehen oder vielleicht ist er auch einfach nur zu blöde wie ich ihn einfach mal die ganze Zeit sehe und er mich nicht ja ein Oberteil leck dich doch du Affe denkst du ich fahr darauf rein den eigentlich bin ich so bekloppt ich habe noch neun Pfeile und tschüss ist das nicht auch logisch Leute ich glaube ich habe gerade mein Todesurteil unterschrieben ja ja ein kleiner Spacken tut mir leid für diese Wortwahl aber alter das war so so ich würde sagen zwei von drei Runden gewonnen oh yeah yes wuhu okay ähm noch ähm 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 äh genau ähm ich habe ich habe jetzt ein Instagram Kanal falls ihr da mal vorbeigucken wollt dann werde ich so wahrscheinlich ab und zu Bilder vielleicht von mir oder von generell so vielleicht einfach nur Bilder holen ab und zu mal gucken welche ähm ja ähm teilt das Video liken abonniert alles äh verlinken ja okay gut ähm ich hoffe es hat euch gefallen mir hat es mega fun gemacht das war ziemlich aufregend auch und ja werde ich ähm sehen wir uns bald wieder bis dann haut rein